Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde TTT, heute mit Fiskrans, Judi, Nils, Taudor, Alex, Payne, Flocke, Kundran und Maru, glaube ich wieder. Ja. Moin. Hallo. Hallo. Endlich ohne Kapuzen, Lou. Hat er seine Schreibmaschine mit, er kann es auch nicht hören. Da spielt ihr jetzt wieder Maru? Ja. Vergesches Gehasel. Also Geschicht. Also wenn eine Sarmotion Gang kommt, oder Vergiftung, oder... Höhe A bis Z, Länge 1 bis 10, nur damit hier Bescheid ist wegen Calls, ja. Möchtet ihr eine Plasma? Ich hoffe ihr habt noch eine Waffe übergelassen. Plasma! Wow! Du wirfst ja noch keine Waffe übergelassen. Nein! Oh, das war... Oh, das war... Oh, das war... Oh, das war... Oh, wow, ey. Hä, ich bin aber der DT geblieben. Ja, war... Toll, war Tautor jetzt... Also er war gerade nicht Tautor. Vorsicht, Flocke, da ist doch eine Bärenfalle. Oh, wow, ey. Wir haben auf jeden Fall noch drei Trader. Wir haben drei Trader. Wir haben drei Trader. Leute, Flocke schiert jetzt. Ich war vorher Tautor und durfte leider nichts kaufen. Flocke, Tautor. Friends. Okay, das Tautor-Mannter-Nive geht jetzt nicht mehr. Oh! Nils! Es ist... Nils ist es. Also... Nils hatte das Messer, ne? Ne, aber warum hat denn einfach Pain... Ach so! Warum hatten wir das Tote-Mannter-Nive ausgepracht? Das ist doch Quatsch von Pain. Pain is es. Nein! Ey, ey! Pain ist doch geht, oder? Ich dachte, dass er dieses Ice-Nive... Das ist doch Quatsch, was er erzählt hat. Nils hat das voll und ganz erklärt, warum... Ich bin ein Sly. Ich bin ein Sly. Das muss... Das muss Pain. Ich werde angeschossen. Nein, ich habe... Pain! Hier liegt eine Pain, Leute! Ja, da ist doch ein... Ist jetzt alles chillig, Leute? Ist jetzt gut. Warst du vorher Traitor? Nein, ich war vorher auch Data, aber ich dachte... Du weißt, ich war vorher Traitor. Aber da hast du dann Flocker einfach reingeschossen. Die Wahrscheinlichkeit hat er sich jetzt noch mal Traitor, wenn es ja wohl... Die ist aber nicht mehr ausgelöst, oder? Die Schnauze? Nein, weil... Der Resen. Kannst du vorbeilauf. Können wir trotzdem erstmal noch Pain erschießen? Oder das ist doch eigentlich ein Safe-Ding, oder? Das ist Pain-Ding, oder? Das ist Pain-Ding, oder? Ah! Mit'n Boomerang! Er ist rückwärts ausgelaufen! Er ist rückwärts aus der Zone gelaufen! Er ist rückwärts aus der Zone gelaufen! Ich habe ihn nicht erschrobt! Jaaa... Hier, warte! Ich trag ihn zu dir hin! Dann kannst du gucken, während ich ihn der Hand hab! Dann kann ich nichts machen! Warte! Nein, ich will nicht von der Seite getötet werden, bitte! Ja, ist keine DNA! Ich glaub, die Traitor kommen, um dich zu holen, Kunran! Oh Gott! Die Traitor kommen! Ich glaub wirklich, dass die dich töten wollen, Kunran! Jaaa... Das wird so sein! Sonst gewinnen sie die Runde nicht! Das ist der Fisk! Der kommt, der Fisk! Der kommt, Kunran! Fisk! Warte, man, die bleibt! Äh... Hinter dir! Maro! Doch nicht ich! Ja, du auch! Ja, du auch! Dreh dich um! Los, Leute, mach den fertig! Er ist alleine! Jaaa... Ach, ich dachte, Ding steht hier! Maro steht doch neben mir, ey! Noch nicht! Ich dachte, Maro, bei der hat auch nicht... Ich hab die Plasma als Inno geworfen und dann wurde ich Traitor! Dalu, hast du den Rollentausch überlebt und warst immer noch Traitor? Wieso sollte ich den Rollentausch nicht überleben? Nein, also hat deine Rolle den Tausch überlebt? Ja, ich bin aber vorher... Ich war erst Traitor und dann Tod im Jäger! Achso! Ich hab gesehen, dass du es wieder bekommst, ne? Tauschrolle! Na, da würde ich den Traitor in guter Vorhaben geleistet! Dalu, hast du mich rausgeschubst? Ne, du bist rückwärts rausgelaufen! Du bist mit dem Fuß auf das Ding gekommen! Eine Berührung mit dem Game, du bist tot! Ne, eigentlich zwei, aber... Ja... Man kann es gerade so schaffen, wieder reinzukommen oder so... Feier! Feierfeier! Nein, hier ist der Dosen-Deaf! Yes! Bist du? Kun! Kun! Geht ran! Ey! Meiner... Ach! Halt! Ach! 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 Es glaubt einen keiner mehr call, es ist gut! Also es ist Alex! Ja! Ja, die Alex ist es wirklich! Tete, Befehl, Tritt and Alex! Ja, deswegen findet er das ja gut! Tete, Befehl, Tritt and Alex! Nein, da ist ja Gründen dran! Ich höre dich auf dich! Der Taucher hat das gerade gesagt! Ich höre nicht auf Taucher! Ich höre nicht auf Taucher! Ja genau! Voted doch! Bei wen sollten wir jetzt? Nils. Ja, Alex. Tautor muss sterben. Tautor muss sterben. Tautor muss sterben. Hey! Hey, wieso wohnt ihr den anderen durch den Lamm da? Ja komm, dann wohnt ich jetzt auch einfach irgendjemand. Oh nein, ich hab mich jetzt auch gewohnt. Scheiße. Ja, ja. Ich hab einfach random reingekriegt. Ja, ja. Wenn Nils jetzt gewohnt wird, müssen wir ihn leider erschießen. Leider. Leider. Wir haben hier keine Beweise. Wenn kein Woot mehr kommt, ist es Nils. Hier ist ein Baby! Ein Baby! Juli? Ich weiß, es ist... Nein, ich bin es nicht. Nils ist Trader. Nils. Ist er denn down? Okay, das war ganz schön anlucky. Oh nein, ist er explodiert. Weg, weg von ihm, weg von ihm. Weg vom Tisch. Ich hab den Bumerang. Das war echt anlucky dann. Der Pain lüft. Ich hab den Bumerang. Der Pain lüft. Da war ja noch einer. Da war ja noch einer, immer noch. Ach so, zwei. Mh? Ja. Pain ist Bär. Hier ist Respekt. So, Pain wird getötet. Schön, dass wir alle im Preis laufen. Hier sind die Kölner's Baby. Darlowatt getötet. Ich kann's nicht aufgeben, ist zu schwer. Pain, weg von der Leiche. Ja, ich geh weg. Wo ist er denn gestorben? Es war Pain. Ja, es war Pain. War zu erwarten. Pain töten. Hä? Ich such ihn die ganze Zeit. Hä? WTF? Er geht hoch, er geht hoch, er geht hoch. Er geht nicht hoch. Und? Er hat eine Bombe gelegt. Wo? Wollte eine Bombe legen. Das heißt er ist jetzt tot oder was? Dann ist nur noch der... Ja. Der Dings da. Der Udem Hunter und der Jägel verleicht. Jägel. Ha geil, hier liegt noch ein Ding ins. Ich lege jetzt raus in die Bombe, okay? Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal andersrum. Leg mal genau in die Mitte der Map. Wer hat eigentlich Fiss getötet? So. Ich lege jetzt hier die Ecke und stelle sie auf ganz lange Zeit. Franz ist bei mir. Der guckt ganz komisch. Leute, wer hat eigentlich Fiss getötet? In 6 Minuten geht sie hoch. Kondan hat glaube ich einen Toten zerstört, oder? Da haben wir alle schon. Ja, eigentlich. Deins. Nee, du bist genau aus der Richtung gekommen, wie der Soundtag kam. Ich glaube Kondan ist der Toten wieder. Juli ist langsam. Ja. Kondan ist der Einzige, der aus der Richtung kam. Bin sehr langsam geworden. Warte mal, ein Totem ist weg. Warte mal, ein Bestens Totem wurde dann gerade zerstört von Juli. Ja. Ja. Kann gut sein, halt. Das würde ich sagen, Juli ist auf hinten, oder? Ja. Okay, lebst du noch? Ja. Wie gesagt, die Bombe geht nicht hoch, ne? Juli ist safe. Ja. In einer Ecke. Bin in der Mitte. Ich bin vergiftet. Grants ist es. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht bei ihm. Doch, Kondan. Nein, ich bin bei Alex in der Nähe. Ja, aber du hast ihn hier erschossen irgendwo, oder? Er lebt doch noch. Du hättest noch mich schießen gehört. Du hättest noch gehört, wenn ich schieße. Und wer war's? Ja, Grants. Julie, ich dachte du bist auch Traitor, weil Grants hat genau vor den Totem kaputt gemacht. Also wirklich so, du bist gegen ihn gelaufen dabei. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich hab's auch genau neben Alex und der hat einfach Kondan gesagt, obwohl ich genau neben ihm stand. Oh Mann. Du hast neben mir ein Totem zerstört? Ja, wo du dann meintest, das war Kondan. Nee, ich hab nur Kondan gesehen als erstes, der kam um die Ecke halt, ne? Ich hab nur neben dir. Oh Leute. Das machen wir mal machen. Du bist ein Vogel, Alex. Man sieht immer, was man sehen will. Ja, richtig. Ja, ja. Und dann kannst du auch nicht vertrauen. Generell. Doch. Kondan ist ein ganz lieber. 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 Dann kannst du Grants auch nicht vertrauen. Kommt auf die Frisur an, ob man den vertrauen hat. Ja, es sind beide Grantsköpfe. Von daher. Kannst du beiden nicht vertrauen. Kannst du beiden nicht vertrauen. Habe ich als Detel irgendwas geklett Randommäßiges für diesen mit? Randomart. Das macht doch Bock hier. Als Detel kannst du diesen Shainsaw Launcher machen. Der sprüht ja durch die ganze Ecken hier und killt alle. Oh Gott, ja. Oh ja. Der ist wohl zu. 400% Randomart, los. Bananenbomben? Man Hex? Irgendwas, es wurde gerade was Metallernes gezogen. Man Hex. Ich hab noch nicht. Metallernes? Der Hex. Okay, er hat Spirit gesagt die ganze Zeit. Ist raus. Cain wollte mich schlagen. Kann ich wieder Out. Kann man die Töne eigentlich wieder zu machen? Cain hat nicht geschubst, er hat mich schlagen. Wenn die auf sind, sind die auf. Ah. Nein, ich hab nicht geschlagen. Ich hab geschlagen. Du hast? Nein, hast du nicht? Doch, hab ich. Ich schick dir Aufnahme. Ich schick dir Aufnahme. Ich schick dir. Ich schick dir auf. 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 Ja, irgendwas schießt. Ja. Komm, egal. Was hast du vor, Flocke? Oh Gott. Jetzt musst du austicken, ne? Wie war das nochmal, wenn dein Traitor ist? Wie sieht das denn aus? Skelett. Skelett. Innocent ist weiblich. Gay lady. Pain wird gleich eine Frau. Innocent Frauen. Ich will auch. Flocke. Warum sind Innocent Frauen? Did you just assume my gender? Wenn ich gleich tot bin, warst du, Halu? Boah, leck. Boah, Alter. Oh ne, du bist ja wirklich eine Frau. Stopp, da ist der. Entschuldig, Entschuldig. Ich hab da nichts zu tun. Ich hab da nichts zu tun. Ist sie tot? Hey, ich wurde noch beschossen. Du hättest dir recht tot. Einer hat auf jeden Fall Pain erschossen, den könnte man... Diese komischen Killer, vom kleinen Sicher. Fee ist eine Garnade zu mir geworfen. Ich hab sie weggeworfen. Alex, komm mal schnell hin. Du hast ihn irgendwie noch erwischt. Aua, ich werde von Fröschen gefressen. Wo wurde ich denn jetzt beschossen? Hallo, Alter, Alec. Vom Dümmer-Judemmer-DNA. Hallo, Alter, Alec. Ich werd da jetzt nicht hingehen. Was? Wieso? Da kriegen wir nen Traitor. Ja, es ist sowieso noch Fisk. Ja, okay, eher aus. Bitte? Guck mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Aua. Nicht beißen. Aua, nicht hauen. Genau. Wo ist er denn locker? Wer ist es denn jetzt, Fisk? Wer ist es denn jetzt, Fisk? Sowieso. Ah, hallo? Da. Au! Ist er erschossen? Nee. Was ist denn locker? Weißt du, hast keine Musik? Hm. Hm, schade. Nein. Bei uns? Da war aber gar keine. Ich hab auch noch gesagt, Fisk hat ne Granale zu mir geworfen. Ich hab's weggeworfen. Ja, deswegen war Fisk. Nils, Dalu hat mir ein Hedder gegeben across the map, als er auf Juli geschossen hat. Oh, gut. Das war, wenn ich extra war. Ich hab Fisk nicht mehr gefunden, ey. Wenn alle in dem langen Gang stehen. Wir standen halt bestimmt in gerader Linie mit Juli und Juli ist ein bisschen zur Seite. Das Gelände schwer zu treffen. Ihr werdet zum Schluss haben. Dann auch Kunkern aus Versehen ist Sorrow. Dann krieg ich den Heller des Todes. This is Halloween. Wir sind ja nicht heute. Na komm. Aua. Detective Random Power. Hey. Ach Gott ey, dieses Pikachu wird einfach über meins gesprungen. Nein, da bin ich doch eben schon von gestorben. Das Pikachu ist allmächtig. Also können wir jetzt auf das Gelbe gehen? Ah! Das war knapp. Welche Sau sagt England? Nein, nein. Guck mal. Ich finde es ja witzig, dass neue Events drin sind. Hä, aber als Date, das ist zumindest der Teil dem nicht, Alex. Ja, dann musst du halt den scheiß Random Art nicht kaufen. Ich war geported. Ja, das ist Alex die ganze Zeit. Warte, 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 warte. Ist einer rausgelaufen? Ne, da warte, warte. Ich finde das gut, dass es weniger Events vielleicht kaufen. Na! Hat er sich da raus teleportiert oder was? Ein Eno. Vor dem Pikachu Poster. Vor der Pikachu Poster. Vor der Pikachu Poster. Stimmt eigentlich müssen wir in jeden Raum irgendwas reinmalen. Dann wissen wir, wo das ist. Ja. Was ist das denn für ein Schuss gewesen? Mein Totem wurde zerstört. Das arme Pikachu. Wo? Ja, irgendwo da hinten. Mein Pikachu. Hier wo ich jetzt stehe war mein Totem. Oh. Das mit dem Port ist ganz böse. Das stimmt ja. Das ist eigentlich nicht vorwärts laufen. Ja. Creepy. War es gerade noch einer oder was? Was habt ihr denn? Danke für den Port. Ach, das war doch irgendeiner. Aber ich war gerade stehen geblieben. Das war schlecht. Was habt ihr denn mit dem Pikachu gemacht? Das ist ja geil. Was ist das Geil? Das Pikachu. Das ist ein Sauberding, ey. Oh Gott. Guck mal, was machst du da? Das ist das mit mit dem Pikachu. Ich wollte nur noch rote Augen. Bis. 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 Wer ist denn schon der, Julie, bis du es? Ich bin es nicht. Wir haben zwei Trader im Leben, also wenn, dann musst du ja Fisk und, äh, wahrscheinlich jetzt Kunra. Oh Baby, hinter uns, ja. Und wo kam das? Wer war hier gerade? Nils? Da, ähm, hier, ähm. Ah, ein, ein Fassinator. Das ist so ein Grants Ding, finde ich. Ich hab den Fassinator, glaub ich, noch nie gekauft. Das ist ein Dalu-Ding. Nee, aber die Art und Weise, dass jetzt hier so ein Fassinator... Nils, bei Nils kam das gespielt. Hey, hey! Ja, hier, ey, nehmt doch die Fässer, ey, ihr Borbos. Warte, geht hoch. Boah, gar nicht. Er geht nicht hoch, gut. Was denn jetzt? Boah, dieses blöde Geklopf für immer, wenn man läuft, ne? Da, los, auch dort. Hey! Glocke jetzt. Ja, nee. Abgemacht war ich als letztes und du erschießt mich. Ich war das nicht. Hey, hey. Wie hab ich dich denn getötet? Nee, nee. Ich, alle haben auf dich geschossen und ich guck so nach rechts und kommt Flock auf mich zu. Nein, du bist gelogen. Noch weiter. Hey, er rennt erst mal aus der Zone raus. Der Fees, gell? Da wurde er gesehen. Beim Toto ist kaputt. Wer hat denn das mit den Porten gemacht? Ja, wohl. Das ist ziemlich schwer auf dem Map. Auf dem Map ist es wirklich schwer. Aber du bist auch der einzige, der auf der Map-Seite war am Ende. Sehr clever. Weil es auch einfach Pech gehabt. Sehr clever als die. Aber du musst ja irgendwie alleine sein, um das Hunde kurz zu machen. Geil, ne? So ein bisschen treuen. Was ist das, Dete war das? Ja. Ein Dete war das, in irgendeiner anderen war das. Bist du doof? Ich war das nicht. Das war Nils. Das war Nils. Du bist halt bescheuert, ey. Geht's weiter mit dem Gun auf der Map? Geht's nicht? Du kommst oben nicht raus. Nein. Sag mal, Fisk hier. Achso. Alter. Warte mal. Ey. Hast du da in der Hand? Was ist das da, was du da hast? Ja? Hast du mich gerade gehauen? Nein, ey Nils schlägt mich einfach. Nils hat mich auch schon gehauen. Bitte ist jetzt Feier. Ne, Nils hat mich gehauen. Das ist Flocke. Echt mich. Grants geht mit der Crowbar rum und haut voll Leute. Die Mitte ist jetzt Feuer. Die Mitte ist jetzt in der Gruppe gezogen. Grants Feuer. Wieso? Ich dachte, du hast da eine Insta hingeworfen. Ein Boden ist Lava. Hä? Da ist keine Insta. Außerhalb ist der Boden wirklich Lava. Das ist... Da hat Grants nicht schon eine Ahnung. Auch schon im Grunde eine berühmte letzte Worte. Da ist keine Insta. Aua. Mich schießt jemand an. Hier ist keiner. Alex, Alex ist es Leute. Nein. Mich schießt eine Mitte. Grants? Nicht. Meiner Mitte. Hier, wie hast du denn hier ist... Achso jetzt gleich. Nein. Wer hat mich... Hä? Hier wurde einer gehalten. Ne. Vorsicht, Vorsicht. Alex, 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 Alex. Alex lebt noch. Er wird wieder, er ist wiederbelebt. Loil. Lauter dich mal raus, bitte. Ah ja. Stopp, stopp. What the fuck? Nein, explodiert! Wer war das jetzt? Explodiert nicht. Explodiert nicht. Oh mein Gott. Tuck mir leid, Prince. Hat er getroffen? Okay. Ich hab nicht danach geschossen. Gar nicht mitbekommen, was grad war. Bist du nicht die Einzige. Na gut. Na, was auch. Okay. Der Schlingel. Der Schlingel. Grundrat hab ich nicht von dir gedacht. Ey, was geht. So, du weißt es sogar. Ey, er hat aufgepasst, Fisk. Du hast gelernt. Äh, Dalu ist zum Töten freigegeben. Ja. Ne. Ist grad jemand getötet. Was soll das sein? Ein K? Ja. Oh. Autos wie gestorben. Ah ne. You can kill, but you can hit. Ah, du blockst mich. Random Gun. Ach so, das ist die Random Gun. Oh, ich hab die falsche gekauft. Fuck. Ich weiß nicht mal, ob das ein Traitor war. Weil ich jetzt nicht wusste, ob da was Positives rauskommt. Aber. Oh. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Oh. Aber die Map ist echt fair für Traitors, oder? Nein. Hat nur noch einer gelebt am Ende. Ich würd sagen, wir hatten fast alle. Letzte Runde. Letzte Runde. Detective Traitor halt, ne? Da liegen überall Leichen. Ich hab noch eine Wege... Rechts Wegegangen sind. Und da bist du das Einzige, was noch ins Neuen Kasten schaut. Also komm dran. Ganz ehrlich. Kannst du sagen, wo du willst. Hä? Na, das war Ausschlussverfahren. Ich hab noch nicht mal... Ich hab noch nicht mal Leichen gesehen. Wer war denn der Typ, der mich revolt haben soll, Payne? Äh, Fisk. Aber wieso? Ich hab ihn hier behebt. Dann war's... Ja, dann... Aber nach meiner Intention warst du's tun. Du hast... Du warst bei Alex, als Alex in Anführungszeichen tot war. Du hast gesagt, oh, ich ist tot. Alex ist tot. Ich hab mit Maru drauf geschossen. Hä? Wo ist hier? Wo hin? Da, okay. Ich hab's genau beobachtet. Ich hab's genau beobachtet. Deine... Deine... Deine Streichspielerei. Die Anlage macht nur als Traitor Sinn. Fisk! 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 Fisk hat... Oh mein Gott, da läuft! Oh mein Gott, da läuft! Oh mein Gott! Das war Maru! Das war Maru! Ich bin drüber gelaufen. Vor allem... Geh! Geh! Ich bin so gut wie tot! Oh Gott, da ist noch einer gestorben. Toto, wenn du jemanden töten willst, dreh dich um. Hinter dir Toto! Dürfen wir uns die Schildkröte! Toto! Oh Scheiße! Nein! Geh weg! Du Schau! Scheiße! Die sind so höchst. Du warst es, ne? Schreib mal, warum hat der Schneeball in der Hand? Kann mal einer den Fisk bitte machen? Eine Schildkröte hängt bei Dalu fest. Ich hab nur noch 20 Leute. Da ist jetzt Dalu die Schildkröte. Die kommt nicht weg. Fisk kommt weg. Oh, hallo, hallo. Was geht, Schildi? Oh, ich wurde angeschossen! Scheiße! Ich bin fast tot. Von Kunran. Ich bin Dete. Ja, von Kunran. Ändert ja nichts. Fisk! Ändert ja nichts! Weg! So, ich muss. Warte, Auszeit. Auszeit? Auszeit? Auszeit! Auszeit! Ja! Und damit haben die Trailer noch ne Runde geholt, Leute! Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like, ihr Schaut bei mir vorbei. Wir sind's ja nächsten Mal wieder. Matske, bis dann und tschau! Tschau! Zeit Pose. Tschau! club. cereal. Bis zum nächsten Mal.